Wie ich meistens sterbe. Wow. Macht der Wind dieses komische Geräusch? Ja. Definitiv. Wow. Hört sich auf jeden Fall mal cool an. Ähm, hier oben irgendwas? Yo. Was haben wir hier? Äpfel. Äh, was bringen die Äpfel eigentlich? Punkte. Mehr nicht, wie es aussieht. Und, ja. So, benutze ich mein Ei als Sprungplattform. Ich meine, wozu sind die sonst da? Irgendwie. Hopsala. Na, verdammt. Okay, ich bin wenigstens hier rüber. Jetzt muss ich nur noch an dieses Ding hier dran. An diese... Ah, nein, nein. Ah, verdammt. Das vergiss ich irgendwie, dass ich nur einen Schwung hab, irgendwie. So, jetzt rüber. Und zack. Gut. Und jetzt kommt noch mal Wind. Ich sollte aufpassen, weil... Ich glaub, wenn ich einmal in so einen Abgrund falle, war's das, oder? Oder, oder? Mist. Aber ich hab da eine Plattform gesehen. Naja, was soll's. Äh. Ich hab die Sprung-Taste gedrückt. Hallo? Kaputt. Scheiße. Mann. Aber wie oft hab ich jetzt eigentlich schon scheiße gesagt, Mann. Ich sollte mir das mal abgewöhnen. Irgendwie. So oft scheiße zu sagen. So. Jetzt... Erstmal wieder zurück zum Spiel. Verdammt. Und wir betreten noch mal das Level. Den Abschnitt. So, jetzt... Äh. Okay. Irgendwie... Hab ich so das Gefühl, dass die Sprung-Taste an manchen Stellen nicht so will. Aber kann auch sein, dass das Spiel mich manchmal ärgern will. Ich glaub, das glaub ich mal eher. Dass das Spiel mich hier einfach ärgern will. Naja, Jump'n'Runs sind eigentlich recht einfach, find ich. Eigentlich. Es geht. Es gibt Jump'n'Runs, die eigentlich ziemlich leicht sind. Es gibt Jump'n'Runs, die aber auch schwer sind. Und Jump'n'Runs... Ja, mit Jump'n'Runs bin ich eigentlich aufgewachsen. Schon als Kind hab ich Jump'n'Runs gemacht und ich mag immer noch Jump'n'Runs. Genauso wie Rollenspiele. Sind... Sind beides meine Lieblings-Genres. Und... Ja, wie man merkt... Es gibt... Ah, nein, nein, nein. Moment, 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 Moment. Nein, nein, verdammt. Okay. Ich warte, bis der Wind durch ist. Das gibt's nicht. So, rüber. Ja. Jump'n'Runs... Gibt's zwar Stellen, wo ich wirklich große Schwierigkeiten manchmal habe. Aber trotzdem mag ich dieses Genre. Auch wenn ich mich teilweise echt blöd anstelle oder... nicht richtig aufpasse oder so. Aber ich mag solche Spiele. Ich meine, es ist... Es fordert einen zumindest, ähm... Manchmal hier die Sprünge so perfekt hinzukriegen und sowas. Und auch teilweise solche Bosskämpfe... ...sind auch schon recht interessant. Vor allem bei diesem Spiel hier. Hier... ...muss man die Bosskämpfe ja schon leicht taktisch vorgehen. Vor allem... Ich sag nur die... ...feuer... ...nein... ...ich vergesse es immer. Es ist nicht wahr. Aber die... ...moment. Oh, Entschuldigung. Eieiei. Nicht, dass ich noch erkältet werde. Irgendwie in nächster Zeit. Scheiße, ich hab nur noch ein Leben. Das Gute an diesem Spiel ist... ...ja, man hat dann unendlich Continues. Also man kann hier so oft krepieren, wie man will, aber... ...in diesem Let's Play hab ich mir eigentlich vorgenommen, nicht ganz so oft zu sterben. Ich wollte es eigentlich möglichst schnell durchhaben. So 9 oder 10 Videos. Naja, mal schauen, wie viele es werden. Also... ...wie ich jetzt so auf die Uhr gucke, ähm... ...wie lange nehm ich jetzt schon auf? Äh... ...gute Frage. Muss ich... Hä, wann hab ich denn angefangen aufzunehmen? Äh... ...ich überleg grad, was... Hm... ...ich glaub ein Viertel vor... ...Viertel vor 10 hab ich jetzt angefangen. Und wir haben's jetzt 11 Uhr. Oder war's doch etwas später? Ich weiß es grad nicht. Okay, hier ist kein Wind, gut. Dann durchrennen. Bloß weg hier. Ist mir egal, was da unten war. Ob da irgendwas brauchbares war. Ne, das rischiere ich nicht. Das könnt ihr knicken. Und wir sind schon beim Boss. Okay. Oh, was? Nicht schlecht. Da war der Wind mal stärker. Ach du Scheiße. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet, dass der Wind mich da einfach wegpustet. Aber okay. Versuchen wir's nochmal. Diesmal weiß ich auch, was auf mich zukommt. So, jetzt bleib ich mal hier stehen. Hier müsste ich sicher sein. Oder auch nicht. Ah, ne... Okay. Äh... Dieser Boss ist fies. Jetzt muss ich... Okay, ich warte hier in der Mitte. Damit ich besser entscheiden kann. Oh, links oder rechts. Was? Äh... Ihr wollt mich doch verarschen. Na gut, versuche ich's anders. Bleibt nur noch Plan B. Hoffentlich klappt das auch. Nein! Ey, das ist nicht wahr. Was ist das für ein komischer Boss? Also wirklich, ey. Pustet mich einfach so vom Kampffeld. Ab heute hasse ich Vögel. Ach man. Das kann doch nicht wahr sein. Irgendwie muss das doch gehen. So. Okay, warten. Jetzt kommt er. Und... So, perfekt. Okay. Äh... Magie! So. Nimm dies. Und... Äh... Okay. Okay, das ist ein fieser Boss. Gut. Ähm... Nein, ich wollte nicht Start drücken. Ich wollte die Magie wechseln. So. Okay. Äh... Ich sollte das wieder nehmen. Okay. Na, warum drücke ich immer Start? Okay. Ähm... Ach. So, jetzt erst mal Kostüm wechseln. Wow. Okay, solange dieser Vogel nicht so dreist wird und... Na, das macht's. Geht's eigentlich noch. Aber wenn er anfängt, das zu machen, wird's nicht mehr lustig. Boah, was für ein heftiger Boss. Ähm... Ich sollte erst mal wieder Bergsteiger-Kostüm wechseln. Ähm... Ins Bergsteiger-Kostüm wechseln. Und dann warten, von welcher Richtung er kommt. Wow. So. Nein. Feuerlöscher wollte ich nicht. So wollte ich das. Genau. So, jetzt komm her. Ich... Mach dich fertig. Okay, jetzt kommt das wieder. Gut. Hier muss man echt auf alles vorbereitet sein. Gut. So, schnell wieder wechseln. Ah, daran muss man sich erst mal hier so gewöhnen und... Alter. Wow. So. Gut, weg. So. Nochmal Magie. Ah, er wird schon rot. Gut, gut, gut. Das heißt, gleich ist er besiegt. Oder bald. Okay. Okay, jetzt weiß ich, wie er wechseln, glaube ich. Ich glaube, das war der Moment, wo er dann wieder... ...angeflogen kommt. Yep. Nein! Das ist nicht wahr. Ich hab den Vogel schon rot gekriegt. Und... ...der macht mich immer noch fällig. Na gut. Auf ein neues. So, jetzt aber. Gut. Schnell den Turban wechseln. Jetzt will ich ihn aber schaffen. Zwei. Drei. Gut. Jetzt kommt er wieder angeflogen. Mittlerweile hab ich ihn raus. Also... ...das Bewegungsmuster ist leicht. Verdammt leicht, irgendwie. So. Okay, jetzt kommt er mit seinen Vögelchen. Tja, du bist gleich zu durchschauen, Vogelpartner. Okay, die machen wir weg. So, jetzt kommst du da hin. Eins, zwei, drei. Gut. Ähm, ich hab ihn jetzt schon... ...neu mal getroffen, glaube ich. Und er ist schon rot. Gut. So. Zack. Ähm, war es jetzt wieder der Moment, wo ich wechseln muss? Ja. Okay. So, schnell. Perfekt. Gut. So, gleich hab ich ihn, gleich hab ich ihn, Leute. Ah, diesmal tauchst du da auf. Wie dreist bist du. Okay, damit war ich... ...nicht vorbereitet. So. Schon besiegt. Yay. Tja, der Vogel ist auch Geschichte. Mit Magie bewältigt man alles. Yay. Ach, ja. Somit hab ich Stage 4 abgeschlossen. Yay. Und wir zeigen den Finger. Den Finger, der alles schafft. Hoho. 40.000 Punkte. Naja. Ein bisschen mehr wär nicht schlecht gewesen. Und wir kommen zu Level 5. Zum vorletzten Level. Wow, dann haben wir es ja schon fast geschafft. Okay. Okay.